Wie lange kann eine Frau ohne Mann aushalten? Sie hat sich geschämt. Sie konnte keine Antwort geben. Hafsa, sag mir die Wahrheit. Wie lange? Er schickt sofort jemanden zu diesem Mann, der im Dschihad ist. Er soll nach Hause kommen. Das ist Umar. Die Ummah interessiert ihn. Der Mujtamah, die Muslimen, die Frauen, die Kinder hat ihm alles interessiert. Er wusste, was wirklich Mas'uliyah Verantwortung ist. Einmal hat jemanden von Beitelmuslimin, damals haben die Muslimen eine Kasse, eine Verwaltung. Wenn jemand Zakat abgeben will, Beitelmuslimin, Kasse für Muslimin. Wenn jemand Sadaqat gibt, Beitelmuslimin. Und jemand war da beschäftigt, hat auf das Geld aufgepasst, gehütet. Natürlich, ab und zu, man muss er zählen, Goldmünzen, Goldmünzen, Silbermünzen. Und auf einmal hat er ein Stück Bronze entdeckt. Ein Stück Bronze entdeckt. Könnte damit nichts anfangen. Gold auf die Seite geschoben. Alhamdulillah zählt. Silber gezählt. Diese Bronze geht auf die Straße, nimmt sie auf die Straße, trifft Ibn Umar, der Sohn von Umar, radiyallahu anhu. Und diese Bronze ist wertlos. Gibt für den Sohn von Umar, Ibn Umar, radiyallahu anhu. Umar sieht, dass bei seinem Sohn ein Stück Münze, der wertlos ist, aus Bronze. Kann man damit nichts anfangen. Wo hast du das hier? Ja, mein Sohn. Sagt von Amir, Beitelmuslimin. Vom Finanzier, der Muslimin. Er nimmt seine Hand und geht dahin. Ja, هذا. Hast du ganzen Stadt gesucht? Nur meinen Sohn gefunden? Warum soll ich Haram essen? Warum sollen meine Kinder Haram essen? Was ist das hier, Umar? Das ist kein Haram. Das ist kein Haram. Das ist nur wertlos. Sagt nein. Warum? Weil er hat Angst vor Verantwortung amammallahu azza wa jil, vor allahu azza wa jil, was er antworten soll. Er wusste, was Verantwortung ist. Umar radiyallahu anhu war einmal fuhmimbar. Khutbat al-Jumu'ah. Er hat Khutbat al-Jumu'ah vorgehalten. Kommt eine alte Frau rein. Ja, Amir al-Mu'minin. Du hast gesagt so und so und so. Ich habe den ganzen Koran gelesen, ich habe da nicht gefunden. Amir al-Mu'minin, Führer. Er könnte sofort sagen, mit ihr ins Gefängnis. Aber nein. Wisst ihr, was er gesagt hat? Alhamdulillah, es gibt jemanden während der Umars Zeit, der was zu sagen über Umar hat. Für den Umar was zu sagen hat. Den Umar zu sagen, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Ja, Umar. Gerechtigkeit. Und darum ist auch Farouk genannt worden. Weil er könnte dann Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheiden. Und er war natürlich für Gerechtigkeit. Es gibt jemanden noch, der mit Umar spricht, wo ihm zeigt, wo es lang geht. Da hat er gesagt, ja, Umar, oh Mutter, wenn du da gelesen hast, hättest du bestimmt da gefunden, was ich gemeint habe. Und dann ist sie gegangen. Ja, Umar war ein Farouk, was Recht und Unrecht betraf. Umar hat auch mit kleinen Kindern gespielt. Obwohl er hart war, obwohl er stark war, obwohl wir sehr wenig mit ihm rausgekommen sind. Aber wie gesagt, mit Frauen, alter Frauen und Kinder hat er gespielt mit kleinen Kindern. Er hat auch nicht aufgehört, bis die kleinen Kinder aufgehört haben. Warum? Woher? Von dem Rasul, weil er ist mit Mohammed, groß geworden und das hat auch natürlich von dem Rasul geerbt. Zum Schluss, wo er Minister von Abu Bakr Sadiq war. Abu Bakr Sadiq war Khalifa und Umar sein Minister, seine rechte Hand. Der Abu Bakr Sadiq hat nichts unternommen, bevor der Umar das OK-Zeichen gegeben hat. Viele Muslimen oder viele Nicht-Muslimen reden über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Sahabern und den Gefährten. Das ist alles erfunden und gelogen. Sahabern hatten Meinungsverschiedenheiten, ja, kleine Meinungsverschiedenheiten, aber wenn es um Regieren geht, wenn es um Politik geht, wenn es um Wirtschaft der Muslimen geht, haben sich immer geeinigt. Warum haben sich geeinigt? Weil der Koran war der Quelle, wo sie dieses Gesetz genommen haben. Nicht vom einfachen Köpfen von dem Menschen, nein. Abu Bakr Sadiq Khalifa zu entscheiden hat aber Umar, Ali, Uthman und so weiter und so fort und so fort. Die Leute, die Ilm haben, die Ilm, die Koran wissen, was sagst du Bruder, was sagst du Bruder, was sagst du Bruder? Und das heißt Shura. Shura. Ein Khalifa, der fragt erstmal und sucht sich Meinungen, wenn natürlich unterschiedliche Meinungen sind und fragt immer derjenige, der mehr Wissen vom Koran hat, weil der Koran war maßgebend bei denen radiyallahu anhum ägma'in. Umar, radiyallahu anhu bei einmal ambeeten au khutbah aljubu a imam bimbar und die mujahideen ziemlich viel, viel kilomieter entfernt von Umar. Und Umar, radiyallahu anhu während des khutbah aljubu a zagt aljubal 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 berg 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 während des khutbah aljubu die Leute die da gesessen haben, die muslimen die haben nichts verstanden. paar Tage später kommt jemanden vom jihad vom Schlachtfeld nach Hause sagt wallahi die ganzen mujahideen haben Umar sprechen hören in entfernten 100 Kilometern sagt zu uns zu den mujahideen jabal 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 und wir sind schnell gerannt wo wir da ankamen haben wir gesehen dass die Muschirikin am Hoch am Kommen sind und die Schlacht haben wir gewonnen das heißt Karama Allahu Azza wa Jalla gibt Muajizah Muajizah für Ungewöhnlichkeiten das für Ungewöhnlich nur vom Propheten und diese Karama kann jeder Muamin bekommen von Allahu Azza wa Jalla Umar war auch natürlich als Richter tätig bei Abu Bakr Sidiq war auch als Richter Qazi 18 Monate lang 18 Monate lang man sagt auch 16 keine einzigste Beschwerde ist gekommen und da waren viele Muslime zig tausend von Muslimen keine Beschwerde gekommen geht zu Abu Ja Khalifa Rasulullah warum soll ich da einfach Zeit vergolden bitte entferne mich bitte erlöse mich von dieser Aufgabe es gibt keine Menschen die ich als richtig spielen soll warum wohl warum weil die Muslimen die wussten was Recht was Unrecht ist die wussten was teins und meins ist die wussten dass Allahu da oben gibt die sind nach Koran die haben nach Koran gelebt und darum gab es auch keine Richter und Soldaten und Polizisten und wie die alle heißen weil die wussten schon selber sich aufzupassen und da hat Umar gesagt radiyallahu anhu wie die Menschen sind so wird auch der jenige über denen ist über die Regierende ist wenn die Menschen schlecht sind dann kriegen die auch von Allahu der Chef der Amt hat auch natürlich schwer oder hart Umar radiyallahu anhu hat nur einen Wunsch gehabt dass diese Umar an Allah glaubt das ist ein Wunsch und an diese Umar an Sunnah von Muhammad daran festhält und er hat auch versucht die muslimen die mir Ilm hatten die mir Wissen haben auch zu den anderen weiter bringen die hat darauf geachtet dass in jeder Stadt eine Alim ist eine die Ilm hat die Leute bei zu bringen Die hat natürlich auch die hat natürlich auch was Sadaqat betrifft was der mit seinem Geld hat was er alles gesammelt hat monatelang gesammelt oder jahrelang gesammelt nur für den Dinn um das auszugeben radiyallahu anhu der hat auch natürlich auch große Familie gehabt und das muss ich euch wirklich erzählen er hat sieben Frauen gehabt er hat viele Kinder gehabt und er hat einmal gesagt wenn nicht die Kinder wären werde ich nicht heiraten er hat er möchte so viele Kinder haben wie er nur konnte und er ist gefragt worden warum sagt wenn jemand mein Kind einmal subhanallah sagt besser wie diese dunya und was in dieser dunya gibt wenn es nicht diese Kinder diese dann hatte ich nicht geheiratet aber er hat geheiratet nur um Kinder zu bekommen damit die Kinder auch wirklich Ulema werden damit die wirklich Allahs Diener sind und er hat wirklich viele Kinder als Ulema gehabt wenn wenn Fehler gemacht habe dann ist es für mir und Schaitan und wenn ich das gut gemacht habe von Allahu Azza Wajal Möge Allahu Azza Wajal mir verzeigen wenn ich Fehler gemacht habe Wabarak Allah Fee Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Gaf Wal Kur'an المجيد Bel عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ